Musik Meine erste Erinnerung an das grosse Fussballturnier war mit der U17, wo wir für die Quali spielen durften. Das war das grosse Turnier, als kleines Kind. Musik Mein Highlight war, als wir an der WM in Kanada waren, wo wir vor ausverkauftem Stadion nicht gespielt haben. 54'000 Zuschauer bekommen immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Musik Er boomt immer mehr. Und in 25 Jahren ist er sicher auf einem hohen Level, wo wir auch wie die anderen Ligen, wie England und Deutschland, einen Foren mithalten können. Musik Wir haben Frauenfussball in der Schweiz, damit wir jetzt einen Titel holen, in den nächsten Jahren international. Und natürlich auch die Wertschätzung im Frauenfussball. Musik 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 Musik